Und Dratizas präsentieren die Motoshow. Manja Fuoco, zu Deutsch Feuerschlucker, heißt ein neuartiges Löschmittel, mit dem Entstehungsbrände der Klasse A, B und C in Fahrzeugen oder im Haushalt weitgehend rückstandsfrei bekämpft werden können. Der Löschstab ist im Gegensatz zu einem kleinen 2-Kilogramm-Feuerlöscher nur gerade 250 Gramm schwer und wartungsfrei. Ausgelöst wird der Löschvorgang durch eine Zündkapsel, worauf sogleich das für Mensch und Tier ungiftige Aerosol versprüht wird, das die Flammenentwicklung unterbindet. Die Löschdauer beträgt je nach Größe zwischen 50 und 100 Sekunden. Einmal ausgelöst, kann der Vorgang nicht mehr gestoppt werden. Der Löschstab eignet sich gemäß Hersteller nicht zur Bekämpfung von Blutherren und Vollbränden. Er ersetzt einen Feuerlöscher deshalb nur bedingt. Das Produkt ist ab 109 Franken im Handel. Das Produkt ist ab 108 Franken im Handel. Das Produkt ist ab 109 Klemmen,痿 in Handel. Das fault es ab 100已經, bevor sie vor. Das플도 ist ab 109acja Kapitel. Das war Чизns brutale, wenn sie wir nennen. Das Produkt ist ab 119 Item. Das Produkt ist ab 1040m, dage ich bincle. Dasqua Teater wird einzigart.